Aber es muss uns ja auch erst erlaubt werden, dass wir uns das Amt erkaufen können. Man muss ja mindestens Geld investieren da rein. Gar nicht wenig, zumindest wenn man mal bei uns auf den Kontostand guckt. Weil es kostet 500 Pfund Pfennig. Ja, das wäre so unser ziemlich ganzes Vermögen. Aber ich glaube, die ersten Runden kamen das sowieso noch nicht, oder? Ich glaube auch nicht. So, aber dann würde ich sagen, erweitern wir hier mal so weit wir können. Ja, zumindest die Stühle kann man nehmen, die Lederstühle und das schöne Geschirr. Das Eisengeschirr, genau. Ein offenes Feuer, das geht auch noch. Und die Brauerlaubnis geht auch noch. Ja, ja. Muss. Wir haben es hier. Eben, wir haben ja jetzt noch 206 Pfund Pfennig. Das ist ja... Das ist ein kleines Vermögen. Was willst du denn? Mehr. Ich will mehr. Wird aber auch noch kommen. Keine Angst. Genau. Wer mal ganz unten angefangen hat bei einer Wirtschaftssimulation, weiß, dass es am Anfang immer so ein bisschen dauert, bis man mal Fuß gefasst hat und ja, es läuft, sag ich mal. Ich bin ja immer noch gespannt, wann wir bei, um mal ganz kurz ausschweifend zu werden, Ausschwung Ost, dann so unser, ja, Geld verdienen. Bisher haben wir ja, glaube ich, nur ausgegeben, im größeren Sinne. Ja, aber das, äh, da sind wir ja quasi geschichtsmäßig auch weit vorne mit dabei eigentlich. Also, so Realismus und so. Immerhin, ja. Haben die ja auch gemacht. Geld ausgegeben und extrem viel, kam dadurch jetzt nicht rein. Aber da wird Schweifen abgefügt. Eine Erweiterung in einem Mauergebäude wurde hinzugefügt. Ich habe jetzt mal die letzten fünf Gerste mitgenommen, bevor nämlich gar nichts mehr da ist. Kann definitiv sehr gut sein, weil wenn, wenn dann irgendwann mal gar keine Rohstoffe mehr da sind, kann es sein, dass das einen stark ins Minus treibt. Ja, ach guck mal, hier unsere Öfen sind fertig, was ist denn hier nochmal? Brauanlage. Sehr gut. Das heißt, der Boni ist mittlerweile auch schon mit drin. Ja. Da ist das offene Feuer. Und die... Das Geschirr. Genau. Die Stühle sind wohl noch nicht ganz so weit. Ne, die Stühle sind noch am Aufpolieren. Da wird noch das Sitzholz, oder wie sagt man dazu? Wird noch bezogen mit Leder. Ja. Aber mit Polster. Ja. So, dann ein Weingeist. Müssen wir wieder einen umstellen, ne? Ja. Eine Bier nehme ich hier noch mit. Das ist, ich weiß nicht, ob du es lesen kannst, bei knapp 90 gleich. Jetzt. Und dann... Ist ja auch gleich schon wieder Feierabend hier, wie ich sehe. Ja gut. Hier bis 9 arbeiten sie ja noch, oder? Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude zugefügt. Stimmt, ja. So, dann können wir eigentlich jetzt schon zum Verkaufen gehen. Zumindest für... Haben wir ja auch wieder vier Stück, oder? Ja. Ja. Ihr seid der Meister. So, was ist denn jetzt hier schon wieder alles aufgelaufen? Eine Brauanlage hinzugefügt. Das Eisengeschirr hinzugefügt. Das offene Feuer hinzugefügt. Die Brauerlaubnis... Dünnbiere fehlt... Ja, wahrscheinlich jetzt das... Der Weingeist. Produzieren wir doch. Schön auch diese ganzen Kameraschwünge, die hier immer reinproduziert werden, natürlich. Also wenn jemand einen Drehvormat, das ist nicht meine Schuld. Er wollte das nicht so. Also eigentlich... So. Aber das ist in dem Spiel sowieso immer... Egal, in welchem Raum du betrittst, er dreht erst mal so ein bisschen... Ja. Oh, dafür sind jetzt unsere schönen... Na, kann man sie jetzt... Na, so richtig nach Leder sieht das aber auch nicht aus, ne? Aber war doch lederbezogen Stühle, oder nicht? Oder habe ich mich da total verlesen? Lederstühle. Boah. Auch Patricia können ihrem Hinterteil zumuten, auf ihnen Platz zu nehmen. Na denn. Aber meine Lederstühle sind prinzipiell ja auch, wenn du einfach so auf das blanke Holz einfach so eine kleine Schicht Leder drauf klebst, oder? Sind's ja auch Lederstühle. Ja, oder machst du einfach auf der Rückseite von der Lehn, du machst einfach so ein kleines Bubble hinten Lederstuhl. Aus Leder. Ein Holzschild. Ein Lederstuhl. Oh, guck mal an. Oh, jetzt haben wir wieder mal gut Plus gemacht gerade. Ja. Und 300 nur durchs Verhandeln? Mhm. Kann sich sehen. Garantiert gleich wieder in der Umsatzsteuer nieder. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber wir sind zumindest gut im Plus. Das ist schon mal schön. Freut mich auch. Und ja, so soll's weiterlaufen. Dann können wir nach und nach dann auch unsere Schenke aufwerten. Ja, ich hoffe, wir kriegen das ähnlich hin wie beim letzten Mal. Das wird ja auch gut funktioniert. Ja, da waren wir relativ zügig eigentlich dabei, zumindest in der zweiten Stufe. Ja, die zweite Stufe hatten wir, glaube ich, gerade jetzt fertig mit allen Upgrades. Da kam auch schon die dritte. So. Äh, 2233. Och, schöne Zahl. Joa. Gefällt mir auch. Vor allem bei Plus und so. Genau. So, und die Neues von den Quitzos. Das hat aber auch irgendwie abrupt geendet dann irgendwann mal, oder? Ja, die wurden halt... Ja, ich verrate noch nicht zu viel, weil sonst wäre ja ganz selber... Ja. Ja, das ist egal. Die Adelsfamilie von Quitzos lässt es nicht bleiben. Schon wieder ziehen die Schergen dieser Raubritterbrut gegen unsere Stadt, diese endlich auf dem Wege der Fede zu unterwerfen. Doch gut, dass wir mit Köln schon lange gegen diese Zwieträchter verbündet sind. Da mögen die Quitzos ruhig kommen. Na, kommt mal her hier, ne? Die Rückkehr der Quitzos. Ja. Der Film. Danach kommen die Quitzos schlagen zurück, ja? Ja. So, wieder sechs APs. Acht bis acht, das ist wieder die Arbeitszeit. Ihr könnt nun das Bürgerrecht erwerben. Oh, guck mal eine an. Du hast das Land jetzt wieder mal nicht gehört, weil kein Ton, aber wir dürfen das Bürgerrecht erwerben. Jaha, das machen wir doch gleich, wenn wir so viel Geld übrig haben, oder? Würde ich auch sagen. Also übrig ist relativ, aber... Ja. Gerade da. Wieder auch mal das schöne Rathaus. Ja. Also für damals war es... Ich fand nämlich gerade, was das hier für ein komischer Film ist, aber das ist, glaube ich, das Licht hier, ne? Ach, hier. Ja, das hereinscheinende, große Tageslicht von draußen. Berlinernacht lehnen die Lichter davon und so. Ja, es ist Berlin Tag und Nacht. Ja, genau. Autsch. So, wollt ihr für 500 das Bürgerrecht der Stadt Berlin erwerben? Jo. Was, für 500? Nee, dann nicht. Ja. Für 10. Wo ist denn das Verhandlungsgeschick, wenn man es mal braucht? Ja, das sind die 500, die sind dann überzeugend genug. Ja, die tragen dazu bei, dass wir uns Bürger nennen dürfen. Juhu. Hatten wir eine Frage wieder zum Markt geschickt? Ja, doch. Okay. Gibt einem gleich ein super Gefühl, wenn man Geld dafür zahlen muss. Ja. Ist aber... Naja. Herzlicher Wunsch. Nach reiflicher Überlegung und in Anbetracht eurer Spende haben wir entschieden, dass ihr von nun an folgenden Titel führen dürft. Bürger. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Patrizia. Jetzt hat er endlich vorgelesen. Ihr habt es ja gehört. Ich wollte nur nicht unterbrechen. So. Erwin Schlender ist... Patrizia. Na denn. Und jetzt noch was. Bücher und Pamphlete sind verboten. Bücher auch. Okay. Das heißt, wir dürfen quasi auch kein Talentbuch kaufen oder sowas, oder? Würde ich damit quasi... Und auch kein Gedicht oder sowas. Ja. Gibt es auch alles nicht in der Stadt. Okay. Aber sie sind auch verboten von dem her. Bodos Bücherbude. Hier vorbeigucken, ob man sie noch illegal in der Kirche... Hm, hm. Welche ich an Zusammenschluss erwerben kann. Wo war das jetzt hier? Ah, nee. Das ist der... Turm. Oh, Top 5. Die Top 5 Ablasskäufer. Da weiß man immer, welche ganz viele Sünden am Bock hat. Das ist die Marie Knolle. Die Brigitte Lau. Xavier Naidou. Ne, Xavier Schmalberger. Armand Jean de Richelieu. Und... Oh, guck mal, der Richter. Bankhauser. Ja, aber allein schon bezeichnet, oder? Dass, ähm... Die Erzbischöfin und die Gruß-Inquisitorin, die beide mit der Kirche zu tun haben, die am meisten... Die Top 2 sind. Oh. Aber das ist auch nicht so unrealistisch, glaube ich. Nee. Das kommt ganz gut hin. Man könnte jetzt sagen, die hatten es ja nicht so weit. Aber, ja. Das... Ich fürchte alles, dass wir heute... Ja, äh... Nee, gibt's ja auch nicht. Man kann hier nix kaufen. Schade. Nur Papier, quasi. Und das hilft uns ja auch nicht viel. Nee. Okay, dann schauen wir mal, ob unser Betrieb weiterläuft. Jo. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Und Marlene Hühnerhorst ist... Da steht doch Hühnerhorst, oder? Ja. Okay. Das macht sich weniger lustig. Also bei manchen Namen frage ich mich ja schon, die, die mal entstanden sind. Weil die ja alle irgendwie eine Bedeutung, beziehungsweise mal einen Ursprung hatten. Ja, viele haben ja auch irgendwas mit dem Beruf seinerzeit mal was zu tun gehabt. Aber Hühnerhorst... Ja, aber das sind haltereigenschaften. Hühnerhorst. Ja, Hühnerhorst könnte auch so ein Viehzüchter-Mix aus, ja, Hühnerfarm und Pferderhof sein oder sowas. Oder so Hort vielleicht, also nicht, dass es sich halt irgendwie eingeschlichen hat. Dass es halt eigentlich ein Hühnerhort war, aber... Jo. Wer weiß. Ist halt ein Hühnerhorst jetzt. Okay. So, die zwei Dünnbiere können schon mal wieder auf den Markt. Dann kriegen wir noch ein bisschen Kohle. Genau, so. Können wir uns hier noch irgendwas... Spielfeld? Tisch. Spieltisch. Doch, Mano. Egal. Egal. Ihr hört's ja noch. Also, ich dachte, ich kann's eigentlich mal dieses Gespräch abbrechen, wenn ich die Nachricht schließe. Nö. Geht demnach nicht. Wissen wir das auch? Ja. So. Ja, manche Texte sind schon ein bisschen sehr lang. Ja, und irgendwann mal wiederholen sie sich leider auch alle. Jo. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Zumindest der Schlusssatz ist meistens derselbe. Und der Anfang, der mittlere Teil, um den Upgrades, ist dann etwas geändert. Eine kleine Statue! Für uns? Sieht eher aus wie ein Grabstein. Soll das ein Zeichen sein? Dann hat er sicher nicht für uns... Also, nee. Das kann doch nicht sein. Oh, guck mal, schon wieder 100 rausgeholt beim Handeln. Nicht schlecht. Also, das hat sich echt schon gelohnt. Wie viel brauchen wir denn eigentlich jetzt? Sechs, ne? Ja. Könnten wir ja nächste Runde schon wieder, ne? Ja, müsste sich gut ausgehen, ja. Ist das unser Karren? Ist das schon so in Mitleidenschaft genommen? Wieso? Ist das erst das zweite Jahr, oder? Wie gut, dass man es hier so gut sieht. Gut, dass wir es nicht sehen, ja. Okay. Ja, hier meine ich. Also, das ist ja schon... Finde ich nicht wenig. Nee. War das letztes Mal auch so, oder haben wir da eher gewartet? Ich glaube, mit dem Geld, was wir jetzt hatten, hatten wir, glaube ich, dann unseren ersten größeren Karren geholt. Gut, wird früher oder später eh notwendig, glaube ich, weil... Und schon wieder Verhandlungsgeschick. Da wir ja eben zwei Produkte haben, mehr oder weniger, die wir holen und die wir verkaufen. Ja. Oder? Können wir eigentlich im Prinzip auch gleich wieder machen, oder? Das Geld haben wir ja gerade. Ja. Ich bring jetzt nur noch mal ein bisschen Roggen mit. Und der ist ja eh kaputt, der war... Deswegen bloß schnell abstoßen. Das ist lange noch, was wert ist. Gebrauchtwagen und so. Gab es schon damals. Müssen wir hier noch eine Kfz-Versicherung abschließen? Vollkasko, Teilkasko und so. Hat der denn Cut? Diesel oder Benzin oder gar Elektro? Nee, nee, der ist Handarbeit. Das ist Bioantrieb. Ja. Nicht mal ein PS, weil es ein Typ zieht. So. Aber er ist definitiv weniger. Letztes Mal waren es doch 150, oder? Mhm. Also letztes Mal meine ich die nicht gelungene Aufnahme. Damals. Seinerzeit. Ach, guck mal. Ja, aber den Dreier brauchen wir eigentlich nicht. Nee, noch nicht. Würde ich sagen, nehmen wir den. Dann haben wir auch noch Geld übrig. Weil es hat auch schon wieder geläutet. Zum Feierabend. Ich fühle mich da immer so geläutert. Guck mal, die Tische sind da. Der Spieltisch. Der ist auch schon da, ja. Ist sogar jemand da zum Spielen. Sollen wir das mal machen einfach, damit wir es ja auch hergezeigt haben, inklusive Regeln? Oder sollen wir es selber erklären? Ähm, ja, wir können ja einfach... Ich frage mich auch, wer es in dieser Runde noch hinkriegen. Aber okay. Sonst macht euch das hier einfach mal auf Pause. Das sind die Spielregeln. Guckt euch sie an. Wir spielen jetzt einfach mal. So. Äh, wenig Geld, oder? Ja, natürlich. Haus und Yorkler. So, lasst uns beginnen. So, was haben wir? Neun. Ja, wir müssen erst mal weiter, oder? Zwangsläufig, ja. Uh, 15. Da würde ich es, glaube ich, erst mal safen, oder? Weil zwei ist so schwierig zu erwischen. Ja. Also eins oder zwei. Höhen. Okay, gut. Genau. Okay. Jetzt hat er 16, oder was? Ne, wir haben gewonnen. Ah! Sehr schön. 135, nur immerhin. Er hatte nur 13. Ja. Schöner Abschluss. Ja. Kurz mal noch einen Würfel gewonnen. Ja, witzigerweise, beim letzten Mal hatten wir es nie geschafft zu würfeln. Da war nie einer da. Ne, da war auch nie einer da. So, äh, wir haben schon wieder 1, 1, 6, 6. Wir haben aber die schönen Zahlen. Solange es im Positiven ist, wie gesagt, alles gut. So, äh. Äh, im Winter von 9 bis 7 Uhr. Also zwei Stunden weniger als normal. Wie kommen wir denn jetzt auf 7 AP? Mhm. Ja, bleibt einer über. Ja. Wenn wir jetzt Handwerkskunst, oder vor... Äh, ne, ich meine, hatten wir letzte Runde was übrig behalten, oder? Ich glaube, einen hatten wir übrig, ja. Achso. Okay. Ich hab nur die krumme Zahl gewundert. So. Let it snow, let it snow, let it snow. Oder so. In Berlin nun mal. Ähm. Ja. Gut, ein Dünnbier, ich glaube, dafür brauchen wir jetzt mal nicht da hinfahren. Ne. Aber wir haben so viel Weingeist, dass der oder diejenige, die hier Weingeist machen, der bald, wenn er denn da wäre, der kann man auf Körner Mahlzeiten umzwitschen, denke ich mal. Mhm. Da ist eh die Frage, ob wir nicht hätten Körner Mahlzeiten vielleicht weiterlaufen lassen, weil, äh, Bier wurde in dem Sinn, ja gut, wurde schon weiter produziert, aber ich denke, dann haben wir eh zwei Produkte, die wir verkaufen können. Mhm. Zusätzlich zu den, und dann immer der, der Dünnbiere so lang produziert, bis kein Weingeist mehr da ist und den dann wieder Weingeist produzieren zu lassen. Wäre mal eine Idee, aber irgendwann mal kommt ja eh der Dritte. Genau.